Letzte Woche wurden wir alle wieder einmal Zeuge, wie ekelhaft die Polizei teilweise vorgeht und wie heuchlerisch die Polizei mit Straftaten und Fehlverhalten aus den eigenen Reihen umgeht. Es geht um einen Protest der letzten Generation, des sogenannten Klimakleber. Es geht um dieses Video. Sie tun mir weh! Sie tun mir weh! Sie haben mir gerade ins Gesicht gemalt. Das war aber ziemlich deutlich mit Absicht. Das habe ich auf dem Film. Mittlerweile hat die Polizei Berlin öffentlich zugegeben, dass die Person mit dem Rucksack, die hier so hart vorgeht, ein Polizist in Zivil ist. Und die Polizei hat auch mitgeteilt, dass mittlerweile endlich das LKA gegen diese Person ein Ermittlungsverfahren leitet. Wo ist mein Problem? Ich habe mehrere Probleme. Insbesondere habe ich, und darauf kommen wir am Schluss, ein Riesenproblem mit dem Umgang der Polizei mit dieser Straftat. Dass der Mann mit dem Rucksack die Demonstranten unsanft zu Boden bringt, mag noch irgendwo gerechtfertigt sein. Wir wissen nicht, was vorher passiert ist. Wir wissen nicht, welche Straftaten jetzt hier zu verhindern waren, zu verfolgen waren, was Grund dieser polizeilichen Maßnahme war. Es sieht überzogen aus, aber möglicherweise war es ja gerade noch irgendwo gerechtfertigt und rechtmäßig. Aber, dass die Person dann auf der anderen drauf kniet und mit dem Pinsel und Farbe die Gesichter anmalt, über Mund, Augen, Nase, vielleicht in die Augen, in den Mund, in die Nase. Und da ist die Grenze der Rechtmäßigkeit überschritten. Das ist eine Grenze, die ein Staat nie überschreiten darf. Kein Polizist, kein Staat darf Bürger an Ort und Stelle bloßstellen, Süchtigen verletzen. Und da haben wir den rechtsstaatlichen Boden verloren. Und jetzt kommt das Allerdreisteste, das ist nämlich der mediale Umgang der Gewerkschaft, der Polizei mit diesem Fehlverhalten, mit dieser Straftat des Polizisten. Wir sprechen hier über eine Straftat. Das ist eine Körperverletzung, wahrscheinlich sogar eine gefährliche Körperverletzung im Amt. Wir brauchen nicht darüber reden, dass das nicht optimal aussieht. Dass das nicht optimal aussieht. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Aber polizeiliche Maßnahmen sehen selten schön aus. Und wir reden über Sachbeschädigungen, die durch unsere Kollegen geahndet werden müssen. Das ist der Satz, der etwas unscheinbar ist, aber der eine unglaublich heuchlerische und rechtsstaatsfeindliche Gesinnung widersteht. Gut, polizeiliche Maßnahmen sehen selten schön aus, mag man ihm noch recht geben. Ob das jetzt ein Qualitätsmerkmal ist oder ob das gut und unterstützenswert ist, das wage ich mal zu bezweifeln. Aber das Schlimme ist der zweite Teil dieses Satzes. Wir reden über Sachbeschädigungen, die durch unsere Kollegen geahndet werden müssen. Durch unsere Kollegen geahndet werden müssen. Das heißt, die Person, und ich befürchte, dass viele Polizisten so denken, diese Person geht davon aus, dass die Polizei zumindest auch irgendwo dazu berufen ist, Straftaten zu ahnden, also zu bestrafen. Dass die Polizei direkt an Ort und Stelle Straftaten bestrafen kann. Und das ist kein Rechtsstaat. Die Polizei führt Urteile von Gerichten aus. Strafen dürfen nur Gerichte aussprechen. Und ich darf nur bestraft werden, wenn es ein rechtskräftiges Urteil gegen mich gibt. Die Kollegen vor Ort ahnden nichts. Die dürfen nichts ahnden. Und auch wenn die Polizisten jetzt damit nicht einverstanden sind, dass damit demonstriert wird, dass Sachbeschädigungen begangen werden, was auch immer. Die Aufgabe der Polizei ist es, Sachbeschädigungen zu verhindern. Sachbeschädigungen bestrafen, das darf nur ein Gericht. Und dann geht es weiter. Die sogenannte letzte Generation legt es gezielt darauf an, alle Aktionen videotechnisch zu dokumentieren, sich bewusst zu inszenieren und polizeiliches Fehlverhalten festzuhalten. Skandal. Es wird die Polizei gefilmt und dann wird öffentlich, wie die Polizei rechtswidrig vorgeht und Straftaten begeht. Ein Skandal. Nicht. Bis heute wurden sämtliche Verfahren, bei denen man unsere Kollegen diskreditieren wollte und angeblich rechtswidrige Maßnahmen angeprangert hat, juristisch eingestellt. Damit insinuiert er irgendwie, dass, was hier wir auf dem Video sehen, eine angeblich rechtswidrige Maßnahme ist. Was ist daran, also das ist nicht vergleichbar. Was wir hier sehen, dass eine Person im Gesicht angemalt wird mit einem Pinsel, das ist keine angeblich rechtswidrige Maßnahme, sondern es ist eine absolut eindeutig rechtswidrige Maßnahme. Und dann noch, ja, es wurden sämtliche Verfahren eingestellt. Ja, das muss man auch im Kontext sehen. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft und die Gerichte arbeiten in der Strafverfolgung, in den Ermittlungsverfahren, sehr, sehr eng zusammen. Das ist, Staatsanwaltschaft, Gericht und Polizei bildet ein Team. Die Staatsanwaltschaften leiten die Ermittlungsverfahren und die Polizei führen die Ermittlungsverfahren aus. Wir brauchen endlich in Deutschland eine unabhängige Stelle, die gegen die Polizei ermittelt und die polizeiliches Vielverhalten aufdeckt. Zwei Prozent aller strafrechtlichen Ermittlungsverfahren gegen Polizisten wegen Polizeigewalt landen vor Gericht. Nur zwei Prozent werden angeklagt. Im Durchschnitt aller Strafverfahren gegen uns Bürger werden 22 Prozent angeklagt. Bei Polizisten zwei Prozent, bei uns Bürgern 22. Und dann brüstet sich diese Person damit, dass sämtliche Verfahren eingestellt wurden. Ja, weil 98 Prozent aller Verfahren gegen Polizisten wegen Polizeigewalt eingestellt werden. Ob das in diesem Fall auch so sein wird, werden wir sehen. Das Vorgehen bei diesen Aktionen sollte man aber auch sauber einordnen. Was gibt es da sauber einzuordnen? Das ist eine Straftat. Das ist eure verdammte Aufgabe, Straftaten zu bekämpfen und zu ermitteln. Und sich dann vor die Presse zu stellen und zu sagen, ja, polizeiliche Maßnahmen sehen nie schön aus. Ja, sollten sie aber. Sollten sie aber. Weil wenn ihr sauber arbeitet, dann sehen sie in 99,9 Prozent der Verfahren auch schön aus. Weil man eine Situation nicht eskalieren lässt, sondern sie normal deeskalierend lösen muss. Und nicht an Ort und Stelle bestrafen. Mal in Relation, wenn es andersrum wäre. Wir stellen uns einfach mal vor, die Person, ich und du, wir gehen zufällig an dieser Demonstration vorbei. Die Polizei bringt uns mit den Demonstranten in Verbindung und bringt dich rechtswidrig zu Boden. Du wirst festgenommen, Arm auf den Rücken, Polizeigriff, Unterschmerzen. Du wehrst dich. Du drehst dich um und bringst den Polizisten zu Boden. Rechtmäßig. Weil er nimmt dich rechtswidrig fest. Wenn du rechtswidrig festgenommen wirst, darfst du dich dagegen wehren. Und wenn du dich dann gegen den Polizisten wehrst, er liegt am Boden und du knießt dich auf ihn drauf und nimmst den Pinsel und malst ihm über Auge, Mund, Nase, übers Gesicht. Stellen wir uns das mal vor. Stellen wir uns das mal vor. Und dann sehen wir, dann würde mich interessieren, wie die Polizei dann öffentlich reagiert hätte. Und ich kann dir genau prognostizieren, was mit dir und mir passieren würde, wenn wir sowas tun. Wenn quasi eine rechtmäßige Maßnahme von einem Bürger, er wehrt sich gegen einen Angriff, eskaliert und man dann so in eine Racheaktion abdrifte. Ich kann es dir genau sagen. Wir hätten eine Anklage am Hals wegen gefährlicher Körperverletzung und tätlichem Angriff an Verstreckungsbeamte. Sechs Monate Mindeststraf. Sechs Monate Freiheitsstrafe ist die Mindeststrafe. Ich gehe jede Wette ein, wenn du das, was wir auf dem Video sehen, mit einem Polizisten machst, wirst du nicht unter sechs bis neun oder bis zwölf Monaten Freiheitsstrafe aus der Sache rausgehen und mit an die 100% Wahrscheinlichkeit angeklagt. Und da gibt es keine Einstellung, wie die Einstellung, die wir hier zu erwarten haben, weil ich gehe jede Wette ein, dass das Ermittlungsverfahren gegen diese Person mit dem Rucksack irgendwann in drei, sechs oder neun Monaten folgenlos eingestellt wird. Jede Wette. Und ich habe bei dieser Wette nicht viel zu verlieren.